Nachdem die Valneva-Aktie am heutigen Tag mal wieder richtig gut durch die Decke geschossen ist und hier bei der europäischen Börse ein Plus von ca. 6% erzielen konnte, stellt man sich natürlich die Frage, was jetzt wirklich stimmt. Ist es jetzt ein fallender Kurs oder ein steigender Kurs? Wie sollte man vorgehen? Wie sollte man hier als Aktionär am besten agieren? Was steckt dahinter? Es gibt wieder positive News, die ich euch im heutigen Video unbedingt verkünden werde. Das natürlich wie immer in Kombination mit der technischen Analyse mit einzelnen Prognosen und Kaufsignalen hier im heutigen Video. Dranbleiben und sich abonnieren, loben sich an der Stelle aber erstmal Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal der Trading Show. Es wird mir Zeit die Valneva-Aktie etwas genauer unter die Nubi zu nehmen und wir fangen direkt an und gucken mal auf ein paar Statistiken. Und dabei fangen wir an und betrachten als erstes mal die meistgesuchten Aktien am heutigen Tag. Das nehmen wir gerne mal bei der AMC Entertainment Aktie. Hier sehen wir Valneva auf Platz 5, Vortag ebenfalls auf Platz 5. Eine durchschnittliche Suchanfrage von ca. 19.000, also deutlich mehr als AMC Entertainment 8.000. Und hier eigentlich eine gute Steigerung im positiven Bereich natürlich vom heutigen Tag. Wie gesagt, ein schönes Plus erzielt und das Ganze in Kombination sagt auch gerade aktuell diese Relevanz und diesen Fokus auf die Valneva-Aktie aus. Das heißt, wir können hier schon mal festhalten, Valneva ist ein starkes Unternehmen. Valneva steht aktuell im Fokus, die Nachfrage ist höher und hier ist definitiv schon mal, was das angeht, extrem viel Potenzial. Denn da es gibt eine neue verkündete News hier vom Aktionär, da gucken wir etwas detaillierter rein und probieren, diese zumindest ansatzweise hier zu erklären. Auch hier gilt das Ganze wieder, ich werde nicht den kompletten Artikel mit euch durchgehen. Das Ganze ist natürlich, wie gesagt, hier direkt diese Quelle in der Videobeschreibung vermerkt. Liest es am besten nochmal selber durch, wir gehen hier nur teilweise stichpunktartig durch, um hier erstmal grob gegen diese Videos und diese Informationen hier zusammen zu lassen. Das würde im Allgemeinen sonst den Rahmen des Videos überspringen und gerade da hätte wahrscheinlich niemand Bock auf ein 20-Minuten-Video, nur weil wir jetzt hier den kompletten Artikel von der Aktionär angeguckt haben. Wir fangen direkt an und lesen einfach mal die Überschrift durch. Der Valneva-Entwickler oder der Impfstoffentwickler Valneva hat für sein Corona-Vakzin VLA-2001 neue Verkaufs- oder Verkaufsvertrag eingefädigt. Mit Bahrain bekundet das erste Land außerhalb Europäisches Interesse am Totimpfstoff des Unternehmens. Wie gesagt, deutliche Informationen hier noch, ein Totimpfstoff liegt hier vor, sei es der Valneva-Aktie. Biontech oder zum Beispiel auch Moderna haben hier ein M&A-Antstoff, das ist ganz einfach ein etwas größerer Unterschied bezüglich der Spritze, bezüglich der Teilchen, die letztendlich da in den Körper reingepickt werden, wenn man das mal so komisch darstellen dürfte. Es geht weiter, eine Börsen findet die Nachricht aus dem Haus, weil Neva-Entlang, die Aktie reagiert mit einem Kurssprung. Das Ganze sehen wir am heutigen Tag auch ein schöner handelsbörseliger Gap hier, ein Start von ca. bei 21,5 US oder Euro haben wir am gestrigen Abend noch geschlossen. Der Kurssprung begann am heutigen Tag, wir sind direkt auf 23 Euro hochgesprattert, zum Spitzenwert waren wir sogar schon bei 24,38 Euro. Danach sind wir aber leider wieder gefallen und jetzt steht wieder so ein bisschen Oberunsicherung im Raum. Soll man dem Ganzen trauen, wie sieht die aktuelle Situation aus? Vielleicht hilft es ein bisschen, wenn wir noch ein kleines bisschen weiter auf den Artikel eingehen. Und eigentlich brauchen wir nur noch den nächsten Absatz einmal kurz durchgehen, dann wissen wir eigentlich schon, was hier die Aktualität ist. Das Königreich im Nahen Osten will eine Million Dosen von Valneva letztendlich erwerben. Das ist, by the way, eine sehr, sehr gute Zahl. Im Vergleich hat man natürlich jetzt, dass hier von Björnstein natürlich mehr rausgeht, aber zum Start definitiv eine angemessene Quote. Valneva hat den vernehmenden, den Rolinesen, das Zulassungsverfahren beim Bahrainischen Gesundheitsbehörde eingeleitet. Frank Grimaud, das ist der Sheer Business Officer beim europäischen Impfstoffentwickler, stellt im Rahmen der Pressemitteilung eine Auslieferung für das erste Quartal 2021 aussieht. Das heißt, die bereits erwähnten eine Million Dosen sollen dann im ersten Quartal 2021 logischerweise ausgeliefert werden. Ebenfalls positiv. Jetzt die Frage, werden wir im Anfang Quartal noch so eine hohe Corona-Quote haben? Werden die Zahlen denn nicht da irgendwann wieder finden bzw. sinken? Weiß man auch nicht, muss man dann natürlich gucken, wir kommen wieder direkt zum Aktienkurs und probieren hier etwas detaillierter auf die Technische Chartanlöse einzugehen bzw. hier vielleicht ein paar Kaufsignale und Prognosen zu festigen. Man sieht es diesbezüglich eigentlich schon relativ sehr gut, dass sich die Valneva-Aktie in diesem Bereich bei ca. 20, 21 Euro fokussiert. Dieser ist hier eigentlich in Form einer horizontalen Rechteckslinie hier relativ gut bekannt gemacht. Das geht natürlich teilweise auch in höhere Bereiche manchmal rein. Die Marken bei ca. 25, 28 und 30 Euro spielen in diesem Fall auch eine etwas prägnantere Situation. Es gibt zwischenzeitliche Prognosen und gerade da kann man wieder zur Annahme kommen, dass Richtung oder unterhalb jeder einzelnen Kaufsignallinie, so wollte ich das machen, eine Prognose liegt. Und gerade hier kann es natürlich sein, dass wir in diesen nächsten Prognosebereichen bei ca. 25 Euro vorstoßen. Aber erstmal sollen wir die allgemeine Situation beurteilen und zuerst mal vielleicht zu grob den Aktienkurs der Valneva-Aktie einfach mal nachfahren, um hier grob gesagt analysieren zu können, wie so die Vergangenheit aussah, um teilweise natürlich auch diese Muster nutzen zu können, um hier Prognose und Kaufsignale aufzustellen. Es sieht ziemlich gut aus, dass wir natürlich immer zahlreiche Informationen hatten, hier auch eine etwas kleinere. Dabei sind wir immer unterhalb bei ca. 17,38 Euro abgeprallt, bis wir denn eines Tages mal etwas stärker gestiegen sind zum Spitzenwert bei ca. 30 Euro. Dann ein etwas größerer Rücksetzer, bedingt natürlich durch diese negative Zahlen bezüglich der Booster-Impfung. Man sagt es ja auch so, der Auffrischungsimpfung, hier geht es auch wieder mit einem pulsartigen Rücksetzer bzw. gegen Impuls weiter in diese positive Richtung. So grob wissen wir, wie das hier seht ist, hier unten haben wir relativ starke Resistenzmarken. Das heißt, generell kann man davon ausgehen, dass die Valneva-Aktie erstmal nicht weiter als 17 Euro und weiter nach unten fällt. Erstmal ein positiver Punkt, wie uns Aktionäre verleiht, natürlich in dem Kontext zusätzliche Sicherheit. Ein wichtiger Punkt, der mir jedoch relativ häufig schon aufgefallen ist, dass sich Impfstoffaktien fast immer gleich wie die einzelnen Corona-Zahlen verhalten. Das heißt, man kann eigentlich, wenn man das so übereinander legt, so eine gewisse Konkurrenz verspülen, um hier vielleicht mal ein kleines Bild an euch weiterzugeben, sieht man das eigentlich relativ deutlich. Wir gehen mal auf alle Anzeigen, dass wir wirklich einen relativ identischen Aktien- bzw. Verlauf generell der Valneva-Aktie haben. Wenn man das mal so ein bisschen abgleichen. Ihr seht diese einfach hellblaue gekennzeichnete Linie, bildet so den Durchschnitt ab der einzelnen Zahlen. Und hier gucken wir mal auf die letzten Tage etwas detaillierter hin. Ich weiß nicht, ob man jetzt hier noch ranzoomen kann. Ja, so geht das. Das sieht man natürlich hier einen leichten Absack hat. Der Fälle, die Corona-Fälle sind leichter umgegangen. Die Inzidenzwerte dementsprechend auch. Und hier ebenfalls im Aktienkurs der Valneva-Aktie dieser positive Aufschwung und dann ebenfalls dieser Absacke. Das Gleiche ist wie gesagt wieder prägnant in den einzelnen Corona-Zahlen erkennbar. Und hier ist es natürlich erstaunlich, dass diese vierte Welle, sollte das glaube ich sein, hier einen extrem hohen Impuls mit sich bringt. Und natürlich weitere erhöhte Quoten von Impfnicht, sondern von generell infizierten Leuten hier mit sich bringt. Das Ganze ist natürlich wie gesagt wieder so eine Situation, auf der man immer achten sollte. Auf der man sich immer festhalten sollte. Ich habe gesagt, Impfstoff-Aktien verkaufe ich dann, wenn die Corona-Zahlen etwas stärker fallen. Damit habe ich auch Biontech zum Beispiel schon aus dem Depot rausgeschmissen. Das ist schon etwas länger her. Bevor die etwas stärker gefallen sind, so um 17 Prozent. Das müsste glaube ich, ich lasse mich kurz überlegen, am Montag sogar schon gewesen sein. Dementsprechend sollte man glaube ich relativ schnell agieren, relativ spontan agieren. Und dabei ist es natürlich auch wichtig, hier gewisse Risiken natürlich auch zu bedenken. Wir haben natürlich hier bedingt durch diese Aktien bedingt, natürlich auch durch generelle Impfstoff-Aktien, eine relativ starke Abhängigkeit von einzelnen newstechnischen Situationen. Man muss sich das so vorstellen, es kommt eine negative News, die zum Beispiel sagt, ja, der Valneva-Impfstoff ist doch nicht so wirksam, wie eigentlich zunächst gedacht. Und dann kann man damit rechnen, dass der Aktienkurs hier wirklich stark fällt. Und damit meine ich wirklich stark, nicht nur bis 16, 17 Euro, wenn nicht sogar im unteren Bereich, sondern eher hier wirklich tief bei sogar 10, 12, 13 Euro. Könnte das denn hier beim Aktienkurs der Valneva-Aktie vielleicht so langsam wieder zum Stehen kommt. Falls sich denn wirklich herausstellt, dass der Valneva-Stoff bzw. der Impfstoff hier bezüglich Valneva-Quatsch ist. Einfach mal so formulieren, muss man da wirklich aufpassen. Es kann aber auch andersrum laufen, eine positive News kommt raus, die Aktie steigt und steigt und steigt. Die kann man locker auch 20, 30, 40 Prozent innerhalb weniger Tage machen. Das sollte man natürlich auch wieder bedenken, aber das Risiko, was man da natürlich opfern muss, ist ein enormes. Deswegen gerne mit Absicherungsmitteln arbeiten, das heißt gerne einen Stop-Lost hinterherziehen, die Verluste minimieren, so sagt man so schön. Und auch gerne am besten Fall natürlich auch einzelne Prognosebereiche aufstellen. Denn dabei würden sich natürlich 25, 28 oder 30 Euro eignen. Diese Bereiche könnte ich hier laut der Technischart-Analyse so grob schon mal empfehlen. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, jetzt so weiter vorzugehen. Aber auch hier sollte man, wie gesagt, auch diese Betrachtssetzung nicht allein auf die Aktien machen, sondern auch im allgemeinen Sinne auf einzelne newstechnische Situationen, auf die allgemeine Marktsituation, die wir vielleicht auch noch einmal kurz beachten können. Hier im Gesundheitsaktiensektor sehen wir heute vielfältige Veränderungen. Manche hier im Bereich Diagnostik haben heute relativ gut profitiert hier, aber im allgemeinen Gesundheitsaktien eher Richtung Nullpunkt. Das heißt, man muss auf die Nachfrage achten, man muss auf die allgemeine Marktsituationen achten, man muss auf einzelne News achten, man muss auf das Unternehmen achten und man muss natürlich auch auf die Corona-Zahlen gerade hier in diesem Kontext achten. Wenn man das alles macht und diese Bereiche eigentlich überwiegend positiv ausfallen, dann könnte man der Anhandel letztendlich gerecht werden und hier gewisse Aktien nachkaufen, generell auch vielleicht neu einsteigen. Das wäre natürlich eine hervorragende Möglichkeit, hier schnelle Renditen zu machen. Also würde ich diesbezüglich aufgrund der fallenden Corona-Zahlen aktuell und natürlich auch zeitgleich diese Booster-negative News, die da rausgekommen ist bezüglich Montag, habe ich auch schon kurz einen Bezug genommen. Gerade da würde ich hier ein bisschen aufpassen. Man kann natürlich investieren, aber wirklich absichern, wirklich natürlich auch die Verluste minimieren und hier ist es sicher wichtig, sicher vorzugehen. Wenn das der Fall ist, dann gerne investieren. Lob dich auf jeden Fall. Hier kann man auch schnelle Renditen mitnehmen. Habe ich auch schon drei, vier Mal, glaube ich, hier bei der Vanewa-Aktie gemacht. Aber nicht zu langfristig drinbleiben. Das kann sonst relativ schnell in die Hose gehen. In diesen Worten würde ich mich verabschieden. Wir sehen uns dann morgen wieder zu weiteren neuen Videos hier auf der Kanal-Ton-Trading-Show. Bis dahin, wie gesagt, noch einen schönen Abend. Haut da rein. Macht's gut und tschüss. Bis dann, wie gesagt, noch einen schönen Abend.